Die Familie von Meghan Markle liefert derzeit täglich Stoff für ein Blockbuster-Drebut, das als Hochzeitsdrama in die Filmgeschichte eingehen könnte. Magans Halbschwester sorgt für Drama und das alles kurz vor der Traumhochzeit des Jahres, die für die Harkless, zu werden, Meghan, 36, und Prinz Harry, 33, von den US-Medien bezeichnet, der schönste Tag in ihrem Leben werden soll. Kaum ist Papa Thomas Markle, 73, nach seiner schweren Herzoperation aus der Narkose aufgewacht, sorgt Magans Halbschwester Samantha Grant für die nächste Schlagzeile. Oben im Video zeigen wir euch, wie bescheiden Magans Vater in Mexiko lebt. Alle Neuigkeiten rund um die Hochzeit und weitere spannende Adelsthemen gibt es in unserem royalen Newsletter Fußgelenk und Knie gebrochen. Laut des US-Portals TMZ wurden die 53-Jährige und ihr Freund Mark am Mittwoch, 16. Mai, in Florida von Paparazzi verfolgt und in einen Unfall verwickelt. Kurz vor einem Mauthäuschen soll ein Fotograf vor dem Auto des Paares eingeschert sein, um ein besseres Pilz zu bekommen. Mark hätte das Steuer nach links gerissen, um ihm auszuweichen und soll dabei auf eine Betonabsperrung gekracht sein. Gegenüber der MZ erzählte er, dass Samantha mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe knallte und zusammensackte. Da sie an Multiple Sklerose leidet, konnte sie sich nicht alleine aufrichten. Mark hätte sie mit einem verdrehten Fuß ins Krankenhaus gefahren. Dort hätten die Ärzte ein gebrochenes Fußgelenk und ein gebrochenes Knie diagnostiziert. Der Paparazzi soll Fahrerflucht begangen haben. Wenn ihr wissen möchtet, wen Megan und Harry als Blumenkinder für die Hochzeit ausgewählt haben, klickt unten auf das Video. Papa Thomas Markele darf sich nicht aufregen. Man kann sich nur wünschen, dass Thomas Markele es errt. Nichts von diesem Unfall erfährt, denn seine Ärzte haben um äußerste Ruhe gebeten. Er dürfe sich auf keinen Fall aufregen. Der ehemalige Lichttechniker hatte vor kurzem erwähnt, dass die gemeinen Intrigen seiner ältesten Tochter Samantha und der böswillige Brief seines Sohnes Thomas Markele G.R. Seinen zweiten Herzinfarkt ausgelöst hätten, der deshalb operiert werden musste. Ich bin okay, aber es wird eine lange Zeit brauchen, bis alles verheilen ist. Ich muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, verrät Markele SR. Am Mittwochnachmittag, 16. Mai, Ortszeit bei TMZ. Gut, dass es wenigstens Megans Mutter Doria Ragland, 61, unversehrt und ohne Drama nach London geschafft hat. Unten im Video seht ihr alle Details von Doria Raglands Reise zur Hochzeit ihrer Tochter mit Prinz Harry.